Dieser Film beschäftigt sich mit der Umwandlung der Energie des Sonnenlichts. Im Jahr 1839 machen der französische Physiker Antoine César Becquerel und sein Sohn eine erstaunliche Entdeckung. Wenn man die blanke Oberfläche eines Metalls mit kurzwelligem Licht bestrahlt, werden negative Ladungen herausgelöst. 30 Jahre später wurden diese Versuche verfeinert. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von drei bis zehn Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Ich kann da whene. Im Herzen der Film im Grunde. Im Inhalte. Im Schnelldurch.